Da, da ist der Spawn! Wir haben den Spawn! Ja! WOOOOO! Das ist... WOOOOO! Jo Leute! Was geht ab? Immer vom Start! Und der Kran ist auch mit dabei. Ab auf dem Server. Mit Microtron drauf. Und ja, jetzt geht's denke ich mal nach. Da geht noch mal Food, wir gehen jetzt nach oben. Wir haben es ja versprochen, diese Folge geht es los. Wir hatten es ja... Hörst du auch die Mops? Ist egal, komm hoch. Wir bauen uns hoch, oder? Ähm... Ja, ist wahrscheinlich besser, als wenn wir es jetzt so suchen. Aber andererseits... Ne, lass uns laufen! What the fuck? Ich bau da hoch direkt Zombies! Äh? Lass uns laufen, lieber Arvive. Ja komm, okay, dann los. Wir müssen... Hier entlang ging's glaube ich. Es ist nämlich... Opsa, ne, ging's doch nicht. Es ist nämlich doof, wenn wir nicht da rauskommen, wo wir den Weg kennen, weißt du? Ja gut. Ja, unser Höhlen-System ist echt riesig. Komm, wir gehen jetzt an den Fackeln hinterher. Da hast du... Das war erst letzte Folge, oder? Dass du hier laubsaugen wolltest? Ne, das war... Ja, genau, letzte Folge. Okay, dann gehen wir... Jetzt ist sicher, hier geht's hoch. Da ist... Krass... Ah, ne, ne, da geht's genau nicht hoch. Doch, hier geht's aber auch hoch. Ja, aber... Ja, gut. Na, wie auch immer. Ey, ist alles voll labern, ne? Oh, Schlucht, Schlucht, Schlucht! Oh, nice! Das sind aber keine Dias. Sicher? Egal, dann bauen wir jetzt hier hoch, ne? An der Schlucht... In der Schlucht. Ne, 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 komm, wir gehen den Weg, komm, wir gehen den Weg. Okay, ähm... Go. Geh ich da mal hoch... Bla, bla, bla... Kommst du? Ich komme, ja. So, so. Ähm... Ich habe übrigens wieder ein bisschen Gold. Da vorne ist noch welches? Ne, es ist Eisen. Und gehen wir rüber. Ähm... Lass uns hier unten entlang gehen. In unserem eigenen Höhlensystem nicht mehr voraus. Was denn? Das gehört uns. Wow, wow, wow! Nicht in die Lava schubsen lassen. Aber hier sind wir doch eben erst entlang, oder? Hier vorne sind... Wir haben halt überall Fackeln gesetzt. Äh... Doch, davon da kommen wir. Wir laufen im Kreis. Ja. Wir laufen im Kreis. Das ist der Enderman. Stück du Bastard, Alter. Pass auf, ne? Ja. Enderperle. Nice, wir haben zwei Stück. Hast du auch eine? Äh... Ne. Dann gebe ich dir die gleich. Das sieht gut aus, oder? Ja, das ist es. Ja. Dann... Haben wir es vielleicht endlich gefunden. Ja, ja, ja. Das ist heimisch, oder? Ne. Oder? Doch, da sind wir schon mal lang gelaufen. Wow! Nice. Ähm... Sind wir sicher, oder was? Nicht ganz. Mach langsam, ne? Wegen da. Aber ja, niemals. Die sind wir auch schon da falsch. Oh man, Alter. Wir haben uns verlaufen. Ja, dann äh, lass Craft ich... Äh, hast du noch Holz da? Für was denn? Und ne Enchantning Table? Ne, Enchantning Table hab ich nicht mehr. Ja, wir brauchen wieder Geld. Egal, wir gehen nach oben. Wir gehen nach oben. Ja, hast du einen normalen Table? Ein Craft Table. Äh, Craft Table kann ich machen. Ich hab genug Holz. Ja komm, wir gehen erstmal hier hoch. Ja, wir gehen hier hoch. Wir machen jetzt auch keine Fackeln, weil es soll irgendwie echt mal schnell gehen. Hey, geht's direkt wieder runter. Nein. Hey, lauf doch links! Ja, komm. So, äh... Okay, das bin ich der andere, ne? Nicht erschrecken. Äh, dann bauen wir uns jetzt hoch, oder? Ja, chill, wir gehen noch ein Stück. Vielleicht geht's ja hier noch. Ja, aber da haben wir ja nicht mal ausgeleuchtet. Ja, ich brauch grad ne... Kannst du mir ja noch schnell eine Pickaxe machen? Äh... Ja, kann ich machen. Ähm... Okay. Mach hin, ne? So... Alter... Ich hab Eisen. Wie, du hast Eisen? Achso, okay. Soll ich dir drei geben? Äh, ich hab die ganze Zeit... Ich hab irgendwelche... Ja, mach einfach, ja. Warte kurz, ähm... So, ich hab noch mal einen Bogen, ne? Du, was brauchst du jetzt von mir, genau? Äh, ne Pickaxe. Dann gib Eisen. Ja. So. Dann hast du mir noch Pilze gegeben, einfach. Warte, da liegt mal eine Eisen. Ach man, was mach ich denn, ne? Mach doch schneller! Ich beeil mich, ich beeil mich. So. Nice. Gut, dann hast du hier die Pickaxe und ab nach oben, okay? Okay. Eigentlich hatten wir ja gesagt, wir gehen nicht mehr in die Höhen rein. Ist so, wir, 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 wir... Boah, pass auf, ich hab immer noch Angst, dass einfach Lava kommen könnte, ne? Ja, das kann auch einfach passieren. Boah, wenn beim Hochbauen einfach Lava kommt, ist rum. Deswegen bau immer ein Stück hoch und geh dann erst weiter, ne? Ja, okay. Okay. Alter, ja. Stell' mal vor, es wird direkt vorbei. Mach mir halt keine Angst. Stell' mal vor, wir bauen uns jetzt unter einen Lavasee. Welche Höhe sind wir denn? Wir sind, ähm... Höhe... 4... Äh, 47. Ja, dann dürfte ja keine Lava mehr sein, oder? Ja, Lava kann über sein, es gibt auch überflächlich Lavasee. Stimmt. Stell' mal vor, wir bauen uns genau unter unserem Lavasee raus, den wir da oben hatten. Da ist eh keine Lava mehr. Ne, das, äh, ein Block oder so ist noch da. Genau, den müsstest du jetzt erwischen. Ne, aber ich glaub, es war sogar noch... Ne, es war gar kein Block mehr da, glaub ich. Och man, was machen wir für ne Scheiße in den letzten Folgen. Okay, ich bin draußen. Du auch? Bei mir ist alles toller Sand, ja. So, und jetzt müssen wir rausfinden zum Spawn, okay? Komm doch. Okay, komm, wir laufen. So, wo ist... Wollen wir... Hey, wir müssen mal gucken hier. Juckt mich nicht, komm, lauf. Hey, wir wollen doch zum Spawn zurück. Ja. Lass mal eben sehen. Doch, hier waren wir in der ersten Folge. Warte. Oder? Waren wir hier nicht in der ersten Folge? Warte mal, du läufst hier voll weg von mir. Boah. Ja, komm zurück, wir laufen hier den Wald durch. Siehst du mich? Ich seh dich, ja. Komm mit. Pass auf, sind die beiden Monster, ne? Ja, alles voll. Lauf weg, lass dich nicht attackieren wegen den Rüstungspunkten. Ja, genau. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Komm mit auf mir weiter her, ne? Ja. So. Ähm, dann hier vor. Oder ist da die Wand? Ne, es ist einfach nur alles schwarz. Komm, komm, da sieht gut aus. Ach ne, von da kommen wir. Sicher? Von da kommen wir, ja. Da sind wir, äh, sind wir reingelaufen. Da vorne ist das Pilzbium. Okay, dann weiß ich jetzt aber eigentlich, wie es wieder zurück geht. Oder wir können zumindest nächste Folge anschauen, wie wir in der ersten Folge gelaufen sind. Also vor. Ja, jetzt chill, wir laufen jetzt. Hör doch auf zu kämpfen, Alter. Ja, okay. Komm. Aber hier sind ja so viele Mops. Ja, juck euch nicht. Scheiß doch drauf. Ja, bist du dabei? Da vorne ist Licht. Ja, das ist ja unsere Höhle auch. Ja, wo laufen wir denn dann? Warum läufst du ja wieder zurück, hä? Ja, weil hier ist doch unser Weg. Warte mal. Komm mal her, Arvalf. Ja. Genau, von da sind wir gekommen. Jetzt rechts bei dir rüber, ne? Ja, ich brauche aber erstmal Food, kann nicht mehr sprinten. Ja. Danke. Okay, und dann hier rüber. Du hast wieder selbst aufgehoben. Jetzt hier rüber, wo ich lauf, ne? Warte, lass doch genau den Weg laufen, in dem wir in der ersten Folge gelaufen sind. Ja, da komm. Nein, das war hier vorne, du läufst in die falsche Richtung. Das war hier vorne. Sicher. Ja, da sind wir doch durch diese kleinen Höhlen gekommen. Wir haben uns doch so riesig gefreut, dass wir die gefunden haben am Anfang. Erinnerst du dich nicht mehr? Ich hab bei Fallzheimer. Ne. Alter, du bist echt ein Lappen. Sicher. Ja, 100 pro. Ganz sicher waren wir am Anfang hier. Dann lauf wir links. Ja, jetzt kommen wir gleich zum Spawn zurück. Da vorne hast du dann gleich Any Art gekillt. Ach komm, Erinnerung, Erinnerung. Das waren doch schöne Zeiten, du. Als man noch genau wusste, wo man war und sich nicht voll verlaufen hat die ganze Zeit. Wo bist du? So, ich bin hier. Wo bist du? Da. So, wir sind durch diesen Wald hier gelaufen gekommen. Das heißt, wir müssen in die Richtung zum Spawn zurück. Ja. Wenn mich mein Orientierungssinn nicht täuscht. Hey, auch steinig. Denn man sollte mal ein neues Navigationsgerät machen. Danke. Okay. Kein Problem. Mach ich doch immer gerne für dich, Alter. Warte mal. Ja, da komm. Ja, aber es sind auch Pferde. Also es sieht gut aus. Ja, am Spawn waren ja überall Pferde, ne? Ja. Und? Komm schon, bitte spawnen. Wo ist der? Ich glaube schon, weil links ist so ein kleiner Berg. Aber es gab doch diesen riesigen Wegweiser. Hä? Es gab doch diesen Wegweiser. Ja, den habe ich gerade auch gesucht. Vergeblich. Moment. Moment. Hey, chill. Hä? Wo läufst du hin? Wo bist du? Ich sehe dich nicht mehr. Ich sehe dich aber. Hey, es ist sauf verwirrend. Oh Mann, Alter, meine Rüstung. Hey, Alter, was? Oh, komm mit. Junge, 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 Alter. In den letzten Folgen geht es bergab mit uns. Wir waren so gut am Start. Ja, da hinten steht wieder ein anderes Biom. Hä? Das ist doch scheiße. Komm mit. Komm mit. Ja, wollen wir einfach irgendwie mit den Koordinaten gehen oder so. Ja, wo sind die Koordinaten denn vom Spawn? Läs mal vor. Ich habe die nicht. Wir müssen uns die irgendwie schicken lassen oder so. Komm mit. Wo bist du? Ich bin hier direkt hinter dir. Okay, komm mal. Faiolo-Action, Alter. Aber so weit sind wir doch gar nicht gelaufen am Anfang. Wollen wir... Lass uns lieber zurückgehen zu dem, wo wir waren und dann schauen wir unsere eigene Folge an. Nee, 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 nee. Schwul. Da vorne ist... Oh, warte. Da vorne ist Rotpilz. Hahaha. Warte. Kann aber sein, dass das hier... Nee. War nicht so ein Pilzbiom am Anfang. Mann. Ach, leck mich doch, Mann. Leck mich am Sack. Wir haben uns verlaufen, Alter. Komm mit. Wollen wir nicht wieder zurücklaufen, wo wir schon waren? Nee. Komm mit. Willst du Ihrem Felix schreiben, dass es uns die Koordinaten gibt? Wir werden einfach nie wieder zum Spawn finden. Wir sind verloren. Und da vorne ist das Haus, wo wir schon so oft gepennt haben. Wo? Wo wir schon so oft waren. Wir laufen die ganze Zeit im Kreis, Mann. Hä? Wo ist die Faust? Hier kommt... LOL. Wir laufen nur im Kreis, Mann. Wieviel Essen hast du noch? Sechs. Nein. Junge, wir verlieren nur Essen und laufen im Kreis, Mann. Alter, wollt ihr mich schlacksen? Lass mal YOLO Act, wir laufen jetzt mal da rüber. Hä? Nein, Digga. Doch. Willst du echt machen? Ja. Ich... Muss mir... Ist sogar gut, wenn wir die Wand sehen, weil ab der Wand laufen wir einfach geradeaus zur Mitte. Ich muss mir Essen braten. Komm jetzt mit erstmal. Hey, wenn wir hier in der Nähe der Mitte sind, dann ist die Wand richtig weit entfernt. Ich kann nicht mehr sprinten. Hast du gar kein Essen mehr? Ja. Ich habe nur nicht gebratenes Hühnchen. Das müssen wir braten. Sieben Stück aber noch. Damit jetzt... Hier liegen Steine rum. Ist nicht so kritisch. Mach einfach mal mit. Hier, ach hier. Digga, hier haben wir das letzte Mal den Enchantment Table abgebaut. Vielleicht liegt der hier noch rum. Vielleicht liegt der hier noch rum, Ewaif. Hoffentlich. Das ist doch eine Scheiße hier. Hoffentlich war der Chunk nicht geladen. Aber der hier war wahrscheinlich jetzt eh geladen und der andere nicht, Alter. Oder? Ja, weil wir da... Oh, Lava, Lava, Lava. Okay. Haben wir denn hier gekämpft oder nicht? Gegen die ganzen Mobs? Ja, ich glaube, sieht so aus. Ich glaube, er ist... Ach, das sieht alles so ähnlich aus, Mann. Das ist voll Psycho. Boah, ich... Ohne Scheiß, das... Das nervt. Warte, haben wir Sattel? Ne, ne? Das wäre zu schön. Da verliert man, glaube ich, nicht mal Hunger, Alter. Ne. Leck mich, Alter. Wir müssen nächste... Och, Scheiße. Wir müssen nächste Folge die Koordinaten finden, okay? Ja. Ich habe noch die Koordinaten von unserer Höhle, aber das bringt uns ja auch nichts. Lass uns aber erstmal dahin gehen, weil das war ja ganz nah beim Spawn. Laufen wir mal hinterher, bitte. Das war doch ganz nah beim Spawn, oder? Also, irgendwo war eine Lava. Ich glaube, hier vorne. Boah, nee. Wir wollen einfach unsere Rüstung ausziehen, dass nichts passiert. Hm? Wir wollen unsere Rüstung ausziehen, dass wir keinen Schaden an der Rüstung kriegen. Ne, dann sterben wir nur noch schneller. Ja, stimmt auch wieder. Och Gott, Mann. Puta di madre. So, wo könnte noch was sein? Na gut, immerhin leben wir, ne? Das ist auch schon mal was. Hm? Immerhin leben wir. Ja. Komm, Alter. Leck mich doch am Sack. Das ist voll trostlos. Ich werde so Westernmusik in den Hintergrund packen. Ne. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Was sagt Hansi dazu? Hansi, was sagst du dazu? Komm her, Digga. Hansi, was sagst du dazu, dass wir einfach nicht mehr nach Hause finden? Oh, ja, der will weg. Ja, du sollst mir sagen, was du dazu sagst. Gleich weißt du dich wieder. Also behindert bist, Bruder. Lass mal langsam laufen. Ach, Mann. Das gibt's nicht. Ich hab noch ein gebratenes Dingens. Oh, oh. Oh, scheiße, Mann. Oh, scheiße. Ja, egal. Dann lass uns mal wenigstens etwas sinnvolles machen und uns hier ein paar Öfen aufstellen. Hast du denn noch was zum Braten? Ja, ja. Oh, Mann. Aber auch nur sieben, Alter. Ach, leck mich am Sack, Alter. Am Zückerli. Oh, oh, da ist ein Rinder. Oh, oh. Dann kill die, kill die. Komm mit mir. Hier sind bestimmt ganz viel. Ja, warte. Ich hab ja noch Zeug im Ofen. Ich komm hinterher dann. Och, Mann. Was ist denn los in den letzten Folgen? Es tut mir unglaublich leid für euch Zuschauer, dass wir zu unfähig sind, uns hier zurechtzufinden. Ja. Seid vielleicht so nett und gebt nur Weifen-Dislike und mir nicht. Spaß. Ja, gut. Magst du deinen neuen Teampartner? Da hast du gar keinen Bock mehr auf die Tür. Okay, tschau. Jetzt komm mit. Ja, okay. Ähm. Hast du Kohle rausgenommen? Ja. Hör auf, Digga. Das geht doch nur auf die Rüstung. Ich komm. So. Ähm. Hansi hat dein Küsschen bekommen. Hohoho. Ach, scheiße, Alter. Ach Junge, das ist so ein Ranz. Aber warte mal. Links. Das sieht irgendwie gut aus. Das sieht alles gut aus, aber es ist nur scheiße. Egal, wir gehen trotzdem hin, oder? Ja, komm. Ich schwöre, GLP und Zombie, die haben richtig guten Orientierungssinn in Minecraft. Wir auch. Ich habe letztens deren Folge gesehen. Wir auch? Ja. Seid schon aus. Oh, da ist ein Schwein, lass die töten. Ich habe letztens deren Folge gesehen. Und die sind einfach zu Rotpilz. Und Cuddle sind die so perfekt hingelaufen. Die haben die genau gefunden und so. War richtig nice gemacht von denen. Ja, komm. Jolo, Alter. Da, da ist der Spawn. Wir haben die Spawner gemacht. Ja. Wuuu. Ja. Komm, Digga, schlag ein. Oh, geil. Ja. 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 Wir haben es echt geschafft. Und ich sage... Oh, Junge, ich dachte gerade so, boah, jetzt ist für immer rum und alles. Und boah, geil. Ist so. Ich war schon so traurig und Depri die ganze Zeit. Aber erst mal zum Spawn hin, Alter. Mach ich auch, Alter. Und hoffentlich sind die nächsten Gegner am Spawnen und dann gibt es auch Mord. Ist die Runde zu beenden, aber wir laufen jetzt auch gerade zum Spawn. Hier hast du 30 Pfeile. Danke. Und go. Oh, erst mal zum Spawn, Alter. Am Spawn ficken wir dann noch kurz, okay? Ja. Geil. Oh, geile Scheiße. So. Yeah. Da ist das Portal. Yeah. Wollen wir noch eine Falle bauen eben. Essi. Ha. Ja, stimmt, stimmt. Unter dem... Lass uns besser gehen. Digga, unter dem Portal waren ja auch noch Kissen. Ich weiß nicht, ob da am Anfang jemand hingegangen ist. Ja, 100 pro, oder? Ja. Kugelfisch. Blumen. Ah, dann kannst du auch scheißen. Okay, komm hoch. Ja, dann kannst du die Erde lassen. Ich geh mal ins Nether. Ich will einfach einmal ins Nether jetzt. Digga, aber bleib im Portal stehen. Ey, da ist ne... Da ist ne Kiste von GLP und Zombie. Das heißt... Task Crafter. Oh Gott, ja gut, dann würde ich sagen, loggen wir uns aus und äh... Ja, wir sehen uns mal in der nächste Runde. Haut rein. Jo, machs gut. Ciao. Okay, wir nehmen noch auf, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja.